Einen wunderschönen guten Tag YouTube, wir spielen mal wieder Worms Klanwurst. Mit mir sind wieder mal der Yeti, der Chrissy und dieser komische Bombe dabei. Ey, ich spiel das gelbe Hemd for being the last winner. Was? Ich glaube, ich hab den Spieltyp jetzt nicht geändert. Egal. Doch, egal. Nee. 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 Dies Kacke. Dies Kacke. Dies Ebenzeit Kacke. Habe ich schon gesagt Kacke? Ja. Die sieht interessant aus. Richtig scheiße. Ja, nee, so richtig. 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 Alle in der Mitte. Auf einer, alle gestapelt, ne? Alter, ich war so klar, dass das dann nicht mal ist. Ey, guck da mal rechts, guck da mal rechts, guck da mal rechts, Junge. Der stirbt halt zwar die Dürfe der erste Runde, der Typ da unten. Oder ich muss da richtig gute Granatwerfer da rein. Granatwerfer da rein. Granatwerfer da rein. Ne, ich muss da unten, ich muss einfach nur ne Granate hinschmeißen. Eben, seite. Die Bomba fängt mal wieder an. Äh, ich bin hier und so. Nach ABC angefangen. Also im Alphabet. Du musst springen. Sprengen. Sprengen. Ja, Schrift. Schrift. Warum hab ich schon wieder so... Drück Schrift, dann gewinnst du das Game. Ich hab schon wieder so nen Scheiß-Porn, ne? Ey, LF ist der Mega-Hack. Entweder zwei wieder aufeinander, der eine ist am Rand und der andere in der Mitte. Das ist eigentlich mein Glück bei der Tupor. Weil der war halt richtig scheiße, Mann. Blinkgänger! Blinkgänger! Oh, so gut mit, Blinkgänger! Oh mein Gott! MW ist Goldenein! Goldenein! Oh Gott, das ist halt doch nicht. Oh, das ist echt schon immer Päckchen! Gott, das ist doch nicht, Alter! Aquapack-Time! Die rückte Rakete da umgegen, oder? Über alle... ... was das meint. Aaaaaaah! 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 Das wird mal weg! Alter! Kass! Okay, was war ich jetzt? Okay, raus hier! Unwär, wenn man Profis so hart schmeckt! Ah, wo geh' ich denn hin? Ja, wir können doch mal kommen, hier! Einmal geht noch! Ah, das ist ne Mine! Fuck! Wo geh' ich jetzt hin, Mann? Ja, das ist ne Mine! So, da wir jetzt. Oma steht halt richtig gut da unten. Most Intrida! Ha 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 ha! Essen dran! Blup blup! Roten Koks! Hä, hä 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 hä! Das hört mich am Boden aufhäen! Ha! Alles klar, jetzt haute mich da runter! Der holt dich runter! Ich brauchte schon mal gar nicht mehr mitzuspielen! Ha 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 ha! Das ist ja ein bisschen so! im Baseballschläger und hab mich ins Wasser. Nee, der ist noch nicht frei. Was nimm mich denn da schönes? Baseballschläger, mach schnell, schneller zu. Nee, das ist, das ist ja lächerlich. Ey, ich war noch nie so schnell rausgekommen, das ist mein erster Spieler nicht, ey. Das kannst du nicht verkaufen. Verkaufst du? Du hast doch gerade auch gewonnen, obwohl du irgendwie nur noch zwei Würmer hattest oder so. Hallo! Oh, da, MLG, Leute. Der heilige Adi hat's nicht reißen können. Hm, weiß nicht. Wird ja jetzt auf Hokus gehen. Ja, genau. Weil du bist doch selber dran schuld, dass das in dein Wurm fällt, ja? Und er hat hier gerade so eine richtig geile, perfekte Vorlage. Er hat die perfekte Vorlage, um Wurmer zu killen. Ohne Witz. Und, ganz ehrlich, ich hab mich nur gerecht. Ja, er hat mir auch doppelt Damage hier gemacht eben. Jetzt war doch Bomber. Nee, doch, weil... Ich hab mich an Wollen gerecht, weil Bomber mir der Mensch gemacht hat, Mama. Wieso kann ich nicht noch was machen? Los! Ah, der ist... Ah! Yo! Ja, da ist der Young Toon! Du Ronshotted! Das war schon richtig schlecht. Und richtig unfe. Now I'm really pissed off. Now I'm really pissed off. Say hello to my little friend. Wird mich ja jetzt an Woll rechnen. Also jetzt würde ich Dynamit... Also jetzt würde ich jetzt... Baseballschläger, wenn du den schon aufstecken bereichst. Nee, in zwei Runden nicht. Ich würde ja Dynamitstange machen, dass er runterfällt. Dynamit könnte er auch rechnen. Aber andere Richtung, andere Richtung. Hallo, keine Idee. Ja, so ist das richtig. So, jetzt halt einfach mal echt dein Maul. My gun's bigger than yours. Jetzt kann ich nur einen Wurm. Und der steht... Oh, Jungs! Also, wie hat man erzählt, du schaffst das auch mit einem Wurm alle fertig zu machen? Huah, Mann! Ich bin halt der Gott, aber... Guck mal da, da unten, Jedi. Warum's Gott, ne? Ach komm, du parteiische Kackwurst. Das wird das doch parteiische Kackwurst, Alter. Hey, Hokus! Ich ersaufe noch nicht! Ah! Wow! Ich bin sicher gelandet. Ich bin sicher gelandet. Wartei, hier ist dein dünner Mitf*** wieder. Ich sterb davon eh. Räuchte nicht. Auf Wiedersehen. Räuchte nicht. Räuchte nicht. Räuchte nicht. Räuchte nicht mehr. Jawoll! Nein! Ja, hallo! Warte mal. Wie viel Schaden macht das, wenn ich mich nur einen Gras hochjage? Ey, der säuft gleich. Ja, klar. Oh, guck mal. Oh, die Bombe hat noch fast alles voll, ne. Das sagst du mir fast. Tja, es gewinn halt immer nur die Lappen. Oh, komm schon! Oh, Hokus, das was ausfrüßt, das. Eiii! Na ja, immerhin überlebt. MLG Dropshot. Loll. Beste Pussy. Der kommt da nicht weg. Ich würd mich in den Berg da reingehassen. Let's go surfen now. Everybody's learning how? WTF? It's time to kick ass and chew bubblegum. Nimm Kamikaze, kommen wir. Kamikaze reicht für 3 HP. Also, ich würd ja den 3 HP. Also, wenn du Hochruchst jetzt überleben lässt... Wenn du Hochruchst jetzt überleben lässt, gewinnt er wieder. Ja, genau. Vor allem, wieder. Vor allem, wieder. In Endeffekt wird eh wieder Chris gewinnen. Ja, stimmt. Der wird nicht sterben. Mann, wieso kann die Mine denn nicht davon abzündet werden? Ah. Leveraten. Wie, äh... Blinkgängermine explodieren nicht. Deshalb sind sie ja Blindgänger. Nein, deswegen sind sie keine Blindgänger. Hokus, ich lass dich mal in Ruhe, ich hab da ne Rechnung offen. Ey, du parteiische Drecks. Komm zurück und töte mich. Ich überleg gerade, wie ich möglichst viel Devastation machen könnte mit einem Zug. Ähm, warte, ich hab's. Warte, 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 warte. Was hast du denn zu Verfügung? Nein, Schrott macht 35 nur, das wird nicht reichen. Ja. Wir glauben, dass es nicht reichen wird. Ich vergas ihn! Dann halt nicht. Oh, wow. Oh, wow. Let's go much wow. Das Vergasen wär das Beste gewesen, was du machst. Vergasen. Ey, dafür ist immer noch mein Team zuständig. Der kennt erst mal die Geldpiste. Ah, ja, da kommt der nicht hoch. Aber ja, sie kommt halt hoch. Der bohrt sich jetzt hier in den Boden rein. Ich geh am besten auf Bomber. Okay. Komm! Nein! Boah! Alter, wie alle wieder auf mich gehen und Bomber gewinnt dann wieder. 100 und 1 kleine Wirbel allein. Ja, aber wir gewinnen. Ja, aber wir gewinnen. Ja, aber wir gewinnen. Stimmt, wir machen uns alle Gegenteil. Ja, tötet wenigstens beide. Oh Gott, Sven. Dann tötet alle drei, ja? Oder tötet nur die beide. Ja, wenn er hoch gut trifft. Ja, lehrt. Er tötet alle drei, wenn der in der Mitte hoch geht. Ja, außer der Mitte... Ja, guck mal die parteiische Sau, ey! Reicht doch nicht. Reicht doch nicht. Nein! Verdammt, ich hätte doch mit dem Raketenwerfer in die Blauen reinheißen sollen. Äh, was denkst du? Ja, aber hoch ruchst du hast die meisten Würmer und du wirst am Ende wieder gewonnen. Die meisten... Bomba hat die meisten, Junge. Ich hab nur noch zwei. 9 HP. Wir alle auch nicht gehen, Alter. Wir haben nötig. Was 9 HP? Der hat 9 HP. Der andere hat 110 HP. Der andere hat 80 HP. Der andere hat... Bomba ist am weitesten bis death. Worth it after all. Bitte fall einfach nur runter. Oh oh. Also das Logischste wäre, wenn er auf Hochwuchs geht. Ja, genau. Wenn der auch dicht geht. Ey, der rotzt sich jetzt mit der Schrotflinte wie ein COD weg, Mann. Boah, das bringt's auch wohl, Mann. Nur treffen! Ich hätte eh nichts mehr reißen können, das Game. Das ist ein Witz. Der ist aber nur 80 HP. Man, Popa ist halt so scheiße, macht mit der Schrotflinte 40 Schaden. Der Clutch ist real. Ihr müsst beide auf Bomber. Ist echt so. Kommen wir mit einer Allianz. Allianz confirm. Also einer ist ja Instatown mit dem Wasserangriff. H-Flash 3 confirmed. H-Flash 3 confirmed. Sie lieben nur noch 3 Spieler. H-Flash 3 confirmed. Echt jetzt? Da kann er sich nicht... Geht doch bei Wasserflaschen oder so'n Scheiß. Oh Mann, ich wollte was... Ich hab was... Ey, hau dem 1.8. Ja, dann mögen doch einer rein. Ja, eben. Das ist doch ein schönes Fass bei dem. Dimmelabunkabombo auf die 110er, komm. Au! Etwas zu lasch. GG. Da links steht ja nur ein Fass. Aber das hätte ihn nicht genug gemacht. Das hätte ihn ins Wasser geschlagen. Mit Hass. Was? Genau, 9. I'm really pissed off. ACH! Sorry, du hast mehr Damage gemacht. Du hast ihn piste. Also Bomber theoretisch nur zwei, weil ich eigentlich auch... I'm gonna kick your ass, bitch. Ja, dann macht euch jetzt beide weg. Nix macht der. Ich rupp den jetzt auseinander. Etwas höher, etwas höher. Das ist perfekt, Schikos. Nicht mal aimen kann er. Und so einer gewinnt. Halt die Klappe, wirkt der Krall gefällt. Fangen wir mal ruhig bleiben hier. Wow, sagt auch nie. Ich muss jetzt nicht mehr haben. Oder wie die schon raus ist. Soll man alle auf mich gehen vielleicht? Kann ich auch voll was dafür. Wer macht denn von echt so'n Syphilis? So was muss halt ausgerottet werden. Natürlich geht das Ding sofort hoch. Natürlich geht die Instant hoch. Nee, nee, laut Bomber liegt es an meinem Skill, dass ich jetzt schon down bin, weißt? Weil ich so wenig Skill hab, dass ich in Worms direkt getötet werde. Ja, natürlich. So, das könnte was werden. Äh, ja, gut. So, viel Spaß mit dem Mörser. Wie treffe ich Bomber da drüben? Denk dran, das Ding ist wie ein Mörser. Das fliegt mit einem hohen Bogen. Ach so. Das könnte treffen. Also gerade könnt's ein bisschen niedriger. Oh? Niedriger. Der weiß nicht, was niedriger heißt. Ey, der bleibt auf den zwei Metern. Der macht, der macht es wie Bomber. Einfach nur strecken eine richtige Weile. Ich wusste nicht, dass wir das im Nachhinein noch korrigieren können. Wenn nicht dreimal niedriger schreien. Was denkst du denn? Der Profi sagt, er wusste es nicht. Hm. Aber ich hab's doch gewusst. Wie lief'se, Profi? Ja, hättest du echt mal machen sollen. Oh Mann. Wenn das jetzt, Lenkrakete. Ich klatsch das eh noch. Hallo to my little friend. Ja, da. Daumen hoch. Der fällt sogar bei Lenkrakete. Halt die Klappe. Oh je, die. Oh mein. Ja, sag du doch, der jetzt mal, der jetzt mal Runde so richtig gefällt hat. Ich hab doch letztes Mal gewonnen. Nö, verloren hast du jetzt das Mal, das weiß ich eh. Scheiße, komm. Verkloppen besser als die. Krass im Leben. Komm, probier's nochmal mit der Bine. Göt nix, das ist viel zu kurz. Das ist viel zu kurz. Gott, ey. Oh, wow. Die Distanz ist so hoch. Ja, ja, ja. Da müssen mal die Hexen angeschaltet werden. Jo, ich mach wieder mal. Komm, nochmal. Nochmal. Nochmal Mörser. Ja, hu. Hm. Rinderplitz habt ihr noch nicht. Doch, klar. So muss es ja ungefähr die gleiche bleiben. Ich hab schon die ganze Zeit Rinderplüge. Nichts. Nichts. Ja. Nice. Das sollte ich fassen. Was ist das so? Ist ja klar, das ist das Verbündeteam. Das ist alles unfair. Ja. 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 Da gibt's jetzt gleich 50. Alle meine Wörter sind ja zu. Ey, einen kann ja meinen wiederbeleben. Dann helf ich euch. Ja. Ah, ne. Warte. Ich mein, das ist der Blitz da bei der Mine. Meiner war ein Holzkreuz. Ist das hier irgendwo noch? Leicht jetzt alles wieder oder? Ah, im Wasser ist eins, aber das ist direkt auf einem anderen. Ah, das ist mein endlichster Blum, der nicht getrunken ist. Der Meta hat sich gerade um ein paar Millionen verlängert. Man kann es aber auch nicht wieder blühen. Ey, oh mein Gott, bin ich dran. Sorry, aber. Komm. Mach nicht genügend damage. Ja. Das hätte ich dir aber auch sagen können. Mann. Holy shit. Ah, er könnte sogar sterben. Ja, das stimmt. Die war ja echt nicht schlecht. Eine Lenkrakete hätt's gemacht. Komm mal. Ja. Das wird nix. Komm, ich glaub du musst, du kannst dich in mich reinstellen. Dann ist die Chance, dass ich mich triffst größer. Hallo, mein kleiner Freund. Ja, das ist doch. Er ist mich wieder beliebt. Hallo, mein kleiner Freund. Das ist doch genau 80. Das war der eine, der er süppelt. Oh, das wird nochmal hier richtig knapp. Ich will nicht vergessen. Ich lebe mich wieder nach. Ey, da unten die 4 HP sind. Das ist immer noch kein Wasserhahn, du. Ah, ne, bei mir hängt das fest, weil ich gestorben bin. 06. Oh, jetzt kommt der Hesel. Die Esel. Oh mein Gott, der dicke Esel. Oh mein Gott, der dicke Esel. Oh. Woll. Zeug. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Meine Kamera nicht so schracken würde und das war André Wommels bei Würmer. Holy shit. Ich glaube da habe ich ziemlich geformen, Alter. Da muss ich mich immer noch rühren. Rühmen! Na, was überlegst du so lange? Wird nix. Reicht nicht. Doch reicht. Fast schon GG. Wo ist hier der Chat? Der Chat? Wie die Kuh einfach zehnmal neben mir? Man muss jetzt die Klatsch drum hoch hoch. Slug or Kick. Der macht das. Der weiß wie es läuft. Ich weiß, was er jetzt machen wird. Wenn er nicht ganz behindert ist. Ja, genau das. Sollte er reichen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. S&Q Bubblegum. Wenn er gut ist, kann er mich mit einem Mörser töten. Das ist aber nicht gut. Der muss aber von Anfang an richtig haben. Er holt sich jetzt die Waffe da. Dann ist das ein Ehren und dann setzt du ihn in die Fresse rein. Und noch holen die Hinko. Das ist das Wasser-Jetpack-Gewicht? Ja. Alles beeinträchtigt mit fliegenden Fetten. Decisions, Decisions. Oh oh. Das reicht nicht. Oh oh. Oh oh. Das reicht nicht. Pfff. Kommt so die Fledermaus. Oh oh. Hm. Ich habe nicht Zeit, um mit mir zu spielen. Ich habe gedrückt. Nichts passiert. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Würde ich jetzt auch sagen. Sex. Nichts gedrückt! Nö, keine Reaktion, ist klar. Ja, weil das in der letzten Sekunde war. Ja, ich habe auch gedrückt. Den Fall schon. Bist du den Chat? Ja, Fokus hat gewonnen, weil er bei erstes Gefecht keiner nicht registriert hat. Du auch mich. Also ich bin ja mindestens mal zweiter Platz für die meisten Schaden oder so. Das ist ein Stück Scheiße, wenn ich... Das war doch kleine, dreckige, das reicht nicht. Das verkackst du hundert Euro. Das verkackst du auch. Das ich lach dich jetzt aus, Alter. Es ist schon verkackt. Bomber hat gewonnen. Stavecaller Bomber gewonnen. GG, GG Bomber. Das war nur Unschieben, wenn er sich jetzt... Oh, die Mine war ein Blindgank, hat gerade Unschieben. Ja, unverdienter zweiter Platz von Bomber. Ich muss schon sagen, also Hoferzester durchgelacht. Was echt, ich möchte, dass wir euch bedanken, weil Hoferzester ihr beiden nicht aufgetauscht haben. Ich habe nicht... Vor allem ihr beiden, obwohl ich am Anfang schon tot war. Ich habe mich eigentlich nicht mit ihnen eingelassen. Bloß ich habe seinen taktischen Vorteil genutzt, dass er mit auf dich drauf ging. Verbündet habe ich mich nicht. Ich habe nur gewartet, bis er eigentlich weniger... Äh, 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 bis er weniger Leben hat und dass ich ihn attackieren kann. Aber das hast du ja komplett schon erledigt. Äh, wenn ich hochgekommen wäre, dann hätte ich die mit einem besseren Stehen stecken können. Ja, das waren meine Gedanken, die du... So, Leute, die Diskussion starten. Die Mörsler wäre es nicht möglich gewesen, weil ich bin damit nicht so gut damit. Da gibt es jetzt richtige Keile hier. Hä? Ah, dieser doch, Idiot. Was ihr nicht wisst, ist, dass ihr nach der Aufnahme absolut... ...de Eskalation ist. Dagegen ist ein Fußballspiel gar nichts. Da werden Stühle geworfen, da werden Baseballschläger genommen und den anderen die Fresse poliert. Alles wird da gemacht. Natürlich, du kannst jetzt keine Grenzen. Da Chris näher an, 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 Jedi-Wund geht Chris zu Jedi und tut ihm da erstmal einen Baseballschläger. Ach, wir zwei, das sind die André-Keile. Da muss André gegen André, das muss man schon mal machen. Das Duell in real life. Auf Leben und Tor. Ja, gut, dann schlag ich, äh... One v one in real life. Dann schlag ich Chris eine und du, du schlägst die Bomber hin. Okay. Das war's für diese... Immer würde ich gerne mal schlagen. Das war's für diese Folge und man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Ciao. Ich geh mal da rum und zieh es doch. Wir können morgen wieder aufnehmen.